Nein, wir sehen es der THC. Ich komme kurz zur Aufstellung. Beim THC sehen wir jetzt zum ersten Mal die Akanerin Yuki Tarnabe. Und jetzt auch mal ein klassischer Gegenstoß, den Yuki Tarnabe zu ihrem ersten Treffer nutzt. Das ist die Sicht von Malaya Brütsch, dieser Treffer von Johanna Reichert. Aber die Lux, das Spiel vorbei. Assis geht jetzt den letzten Punkt hoch neben das Tor. Endstand 34, Cio Simons.